so jetzt gehen die adessa mini macht dieses angewandte wissenschafts ding mal gucken was also passiert die flachs aber das wächst auch normalerweise nur in der see übrigens sie doch da muss ich ganz vergessen zu sagen ich habe mir eine neue rüstung gemacht die habe ich bollwack genannt und gift resistenz blutung schaden elementar ist das körper körper resistenz weil ich gesehen habe ich keine bessere rüstung machen und ich konnte keine problem aber aus dem bricht mehrere den kein ding bekommen generistung wunderbar wunderbar dann können wir anfangen lasst euch von meinen proben nicht beunruhigen sie sind betäubt vollständig unter meiner kontrolle ich habe eine regelrechte menagerie versammelt ihr sollt sie bekämpfen wobei die gegner immer stärker werden sie müssten bald aus der betäubung erwachen ich ziehe mich in meinen beobachtungs bereich zurück das experiment kann beginnen bis dann wei 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 we 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 der tolle ist der einzige der probleme machen wird aber aber selbst ist mir nicht die gewachsen die droppen wir wenigstens ein paar sachen dann der standard einfach nur da hinten in der ecke wunderbar nicht wahr ich kann es kaum erwarten die ergebnisse zu veröffentlichen vielleicht darf ich in der basilica gnostra sprechen ihr habt euch sehr gut geschlagen bitte nehmt diese tränke um die wunden zu heilen die ihr euch während des experiments vielleicht zugezogen habt danke noch einmal okay er gibt mir sogar tränke so nicht wenigstens gut wenn ich nach dahin gehen elefant im porzellan laden 1000 objekte verschlagen danke spiel dass du mir immer sagst dass ich den abrechnungs modus aktivieren kann finde ich immer sehr toll wenn ich tausend mal die benachrichtigung dafür bekommen ja 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 Das war's für heute. Die schlagen aber meinen Schild recht stark, da muss ich mal gucken. Das war's für heute. Oh... Das war's für heute. Ich kann es nicht töten. Das ist ein interessanter Waffenständer hier. Autsch. Das will ich kommen sehen müssen. Muss ich aber schnell hier. Damit ich auch die Zeit sehen kann. Die habe ich aber nicht ausgelöst. Keiner Geldbeutel. Die Frage ist, ob ich da Komponenten jetzt echt bekomme. Das war's für heute. Ihr betretet sie auf eigenes Risiko. Okay. Hätte ich sowieso gewusst. Ähm... Aufgaben. Das ist ja... Sandsteingut. Die Synrix. Glaub ich schon. Aufgabe des Kesslers. Da sind diese... Äh... Kleinen Aufgaben. Verloren nach Turin suchen. Ja... Da muss ja noch ein paar Türen gehen. Oh. So eine ganz andere Quest. Drei Freunde nach Lorcaranek gekommen. Ah... Okay. Das ist die eine noch. Mh... Ausreißer. Sprachgewand. Das ist noch eine Quest innerhalb der Stadt. Ich frage mich eigentlich nur, ob diese einen Quests, die ich quasi... bei denen ich immer wieder Zeug machen muss. Und es abgeben kann. Äh... Ob ich... Ob die dann irgendwann mal fertig sind. Oder ob die... Oder ob ich die quasi immer machen kann. Damit ich halt irgendwie an Gold komme und sowas. Weil Erfahrungspunkte bekomme ich da ja nicht wirklich, wenn ich das abgebe. Wenn dann nur Geld. Das ist noch ein guter Musik. Nun ja. Als ich Audern mit der Suche nach Testpersonen beauftragt hatte, hätte ich nicht gedacht, dass ich jemanden von eurer Körpergröße finden würde. Aber er hat es gut gemacht. Ich würde sogar sagen, ihr seid perfekt geeignet, um meine neueste Arbeit zu testen. Das ist eine Sprachprüfung, oder? Zu vielen Worten ausgedrückt, ja. Ich entwickle einen Trank, der für die Diplomatie der Zukunft unverzichtbar sein wird. Ein Trank, der es dem Anwender erlaubt, fremde Sprachen zu verstehen. Er erfordert allerdings noch einige Anpassungen. Derzeit gewährt der Trank zwar ein allumfassendes Verständnis, ermöglicht jedoch kein verständliches Sprechen. Ich werde euch eine neue Formel verabreichen. Die Zauber in meinem Labor sollten dann die Auswirkungen eingrenzen, sodass ich euch einige Fragen in verschiedenen Sprachen stellen kann. Also gut, können wir beginnen. Ich verabreiche euch jetzt einfach den Trank und schon können wir beginnen. Ja? Dann muss ich mit dem Hühnchen hier sprechen, oder? Komm, die hat da ein Hühnchen seziert. What the fuck? Darme Hühnchen. Und was ist mit dem da? Der sieht gefoltert aus. Und da ist noch ein Hühnchen. Wenn ihr versteht, was ich sage, dann nennt mir bitte meinen Namen. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Ich werde es nun in einer anderen Sprache versuchen. Sagt mir, wo kann ich den Hof des Sommers finden? Griff in Helmen. Na, Yogi Verstände. Das Adar sei 10. Was? Huh? Huh? Nun gut. Kommen wir also zu meiner letzten Frage. Es gibt eine Armee aus Fayen, die die Tuata genannt werden. Sagt mir, woher stammen sie? Huh? Nun, das war weniger erfolgreich, als ich erhofft hatte. Aber die Daten werden mir dennoch nützlich sein. Ich freue mich, dass ihr mir hierbei geholfen habt. Nehmt diese Tränke als Belohnung. Verbunden mit meinem Dank. Ja? Okay. Ja gut. Dann habe ich das auch fertig. Äh, persönliche Zustellung. Den Brief übergeben. Was auch immer ein Brief, das, oder was für ein Brief das auch immer ist. Ich werde ihn überbringen. Das sind immer solche typischen Stadtquests. Die sind halt nicht wirklich, äh, aufregend. Einfach so, mir ist ein richtiger Filler. Gibt am Ende ein bisschen Geld, ein bisschen hier und da, so Kleinigkeiten und etwas Erfahrung. Wird es keine Erfahrung geben, würde ich es nicht machen. Also, es ist kein unbefugtes Eindringen, also. Diese Gnome machen kurzen Prozess mit euch, wenn ihr euren Arsch nicht hier rausschafft. Okay. Was zum Teufel macht ihr hier? Wenn ihr mich angafft, bringt ihr uns beide in Schwierigkeiten. Wirklich? Ich bin schon so lange hier, ich dachte, sie hätten mich vergessen. Das, das bedeutet mir sehr viel. Tausend Dank. Okay. Geht weiter. Wurde ich mal gucken, wo ist denn hier das mit diesen Schlüssel besorgen? Weil ich habe keine Ahnung, wo ich die Schlüssel herbekommen soll. Also, eigentlich. Ja, der hat nichts. Das muss mega komisch. Ah, der ist halt gefänglich. Okay, Schlüssel, okay. Es muss auch mega komisch rüberkommen, wenn ich jetzt einfach so da dran stehe, um das Schloss aufzuschließen. Ja, ich bekomme da sogar Erfahrung dafür. Wart mich eigentlich, wenn ich mich jetzt ins Gefängnis werfen. Oh, ich habe nur einen. Und der Gittern, okay. Ich kann auch aussprechen. Ich dachte, es ist echt, die Tür wäre wieder offen, aber... Naja, ich lasse es. Ich schaue mal, ob ich von dem die Gefängnisschlüssel stehlen kann. Ja, und der hat natürlich nicht. Hat der da den Gefängnisschlüssel? Nein. Wieso gibt es ja nur einen, der den Schlüssel hat? Das finde ich ja mega weird. Weiter gehen, weiter gehen, weiter gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Weiter gehen. Die guten alten... Wachensprachweis. Was ich jetzt hin? Ah, immer noch Gefängnisschlüssel. Ich dachte, ich hätte es noch das mit dem Brief ausgewählt. Ach, das war da hinten. Man muss sich nicht extra eine andere Map... Hup! Oh, der schläft ja immer noch. Willkommen, Fremder. Esklateiner ist ein Mann mit Problemen. Bleibt... Stufenaufstieg. In was skill ich denn jetzt? Schlosserkunde. Sinneschärfe. Fallen werden auf der Umgebungskarte angezeigt. Okay, hier können entschärfte Komponenten zerlegt werden. Ja, okay, das nehme ich. Kann ich beim nächsten Mal das mit dem Ding machen? 10% Gesamtschaden deines ersten Kills. Gesamtschaden deines zweiten Kills in Folge. Er hält 10 Sekunden an. Jede Kills setzt die Dauer zurück. Dann halten die Kosten. 30%. Komm, geh ich da drauf. Schützzauber-Bahn. Da scheint... Das kann ich gut ausbauen. Komm, das mache ich jetzt mal. Da gucke ich mal, was ich da... So alles mit rein krieg. Willkommen beim Schatzamt, dem finanziellen Herzen der Stadt. Auch wenn ihr... Wir können euch Darlehen anbieten. Möglichkeiten zum Ausbau von Anwesen, sowie eine Übersicht über die Investitionen, die bei uns getätigt werden können. Also, was kann ich für euch tun? Mein Haus ausbauen. Ihr seid also der neue Besitzer des Sandsteingotes. Ausgezeichnet. Wenn ihr möchtet, können unsere Bautrupps sofort mit der Arbeit beginnen. Ja. Macht das so. Ausgezeichnet. Einen ange... Seid erneut gegrüßt. Ach, tatsächlich. Nun, das lässt sich natürlich machen. Wir haben euch eine Schmiede geliefert, falls ihr den Drang auf ein wenig handwerkliche Arbeit... Sehr gut. Einen ange... Seid erneut gegrüßt. Wirklich? Sehr schön. Ihr werdet... Komm, Laboratorium. Seid erneut gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Bedauerlicherweise nicht. Die Beschaffenheit und Stärke des Steins in eurem Fundament lässt leider einen angenehmen Tag noch. Schade. Jetzt habe ich aber ein Labor und eine Schmiede. Also, das ist gar nicht mehr so schlecht. Dann mache ich das mit dem Schutzzauber-Bannen jetzt nochmal. Oder fangst du zumindest mal an. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das machen muss. Oder ob ich einfach bloß irgendwie fünf Truhen dann banne und dann... Ist es fertig. Könnte ein Allmann sein. Der Dude. Wenn er sich immer so besperrt. Ah. Sehr leicht. Das ist ja kein Hexenwerk. Habt ihr alles erledigt, was ihr euch vorgenommen habt? Ich bin fertig. Ich bezahle euch für alle Behälter, deren Schutzzauber ihr gebannt habt. Kommt wieder zu mir, wenn ihr weitere Arbeit sucht. Bin nicht interessiert. Oder... Ja, komm. Ihr findet sie wieder am selben Ort. Es war mir ein Vergnügen. Was? Die Frage ist, sind die jetzt immer noch leichter? Oh, das ist der falsche Raum. Oder werden die dann schwerer? Bis ich quasi am Ende dann... Die auch sehr schwer sind und ich das dann so mache. Und wenn ich die geöffnet habe, dann... Nein. Dieser Möchner sich. Und sich Schutzzauber gebannt, was das nächste eine oder Gegner mit Fertigkeiten getötet. Ne gut, ich lasse es dann, weil das erhöht sich ja nicht. Habt ihr alles erledigt, was ihr euch... Ich verstehe. Ich bezahle... Ich werde diese verfluchten Zauber auf den Behältern niemals gebannt. Es war mir ein Vergnügen. Das sind die einfachsten Dinger. Holy shit. Was für ein Retard muss man sein, um das nicht zu schaffen. Führungsholzschriften, Ausreißer. Okay, jetzt muss ich da mal mit... Da muss... Also dann bin ich jetzt hier mit den meisten Sachen fertig. Die Finrix Aufgabe des Kesslers. Laborassistenz. Schutzzauber-Bannen. Oh, das habe ich immer noch im Questlog, oder? Hab mich gebeten... Ja, okay. Ängstüberfällig... Flammen sammeln... Und eher ein Messer machen. Weißweiß versuchen. Oder Versäucherung. Okay, da habe ich gar keinen Questmarker dafür. Er hat sich auf Aptüre zurückgezogen und viele Einwohner ratlos zurückgelassen. Ja gut, dann muss ich dann... Die finde ich dann anscheinend so zufällig. Ja, dann mache ich jetzt... Ähm... Führungsfreuschriften. Gehe ich da hin. Dann gucke ich noch, was es damit auf sich hat. Tord, Tord, Tord. Blütenzion. Blütenzion. Dann muss ich da oben rein. Motorspack-Bau-Gesellschaft, Hauptquartier. Oder lebt noch. Ein Fremder und kein Arbeiter... Trau Ihrem Gesichtsausdruckner. Auf Wiedersehen. Erstmal die Truhe plündern. Da gibt es auch noch eine Quest. Dann gibt es ein paar Gegner. Wir sind mich irgendein bisschen an Oblivion. Ich habe da auch so keller in so Häusern. Ich glaube, das war in der Kaiserstadt. Da konnte man in die Keller... Das war so der Moment, du gehst da in den Keller rein. Und das erste, was dir entgegenkommt, sind erst mal zwei Zombies. Das war so der Moment, du gehst da in den Keller. Das war so der Moment, du gehst da in den Keller. Das war so der Moment, du gehst da in den Keller. Jetzt, du gehst da in den Keller. Oh, oh. Echt jetzt? Hebel. das sind noch mal ein paar damit der dropp mit so nicht da hoch das sind die fallen die mir angezeigt werden finde ich cool das ist eine labor tue mit einfachen heiltränken wow das genau das was ich unbedingt haben wollte genau deswegen bin ich hier runter gegangen ist irgendwie krasse sachen zu finden oder so nein ich habe keine guten augen mehr gibt tatsächlich dachte gibt es irgendwie was besonderes mal gucken was es hier noch so gibt motorzahnbuch mit abu mit apule viere wie sehr was ist los seht ihr nicht dass ich beschäftigt bin falls ihr aus dem dorf kommt könnt ihr bürgermeister eswin ausrichten dass ich an keinen weiteren abmachungen interessiert bin die er mir eventuell vorschlagen möchte diese entdeckung gehört allen und sie wird nicht dazu dienen den absichten eines einzelnen zu helfen ja aber natürlich selbstverständlich bin ich das es ist faszinierend ihr scheint von ganz allein über das kulminit gestolpert zu sein wenn ich genügend proben dieses unglaublichen rohstoffes finde könnte das vielleicht ausreichen um motors zur rückkehr zu bewegen und dann hat aportüre auch wieder eine echte chance setzt eure suche fort meine nachforschungen deuten darauf hin dass die ader unter ganz aportüre verläuft ich würde deshalb in den minen suchen aber natürlich seid ihr derjenige der bestätigen wird ob meine annahmen korrekt sind ja dann gucke ich einfach mal dann gucke ich da steinsammlung ich gehe jetzt noch die quest ab schiff zu den meisten feindattacken auszubäuchen ich will von den bergarbeitern nur dass sie arbeiten ist das zu viel verlangt die zentrale hat endlich ein exemplar des handbuchs der motors bergbaugesellschaft aufgetrieben danke dass sie es gebracht hat guten tag ok jetzt muss ich extra noch mal nach hat er zurück um mit dem typen zu reden dem sagen ich habe es abgegeben damit er mir das geld gibt noch einer was denn es freut mich zu hören dass die filiale in den brachland das handbuch erhalten hat ich danke euch dafür ok hier gut dann jagen wir beim nächsten mal oder ausreißer käfig schlüssel ja dann gehe ich nächstes mal zur knochenstadt dann sind wir mal außerhalb von adressa tätig ich denke mal das müsste reichen